Hallo Leute und Willkommen zu America's Army Proving Grounds, ja ist richtig, mit The Master Freak vom C4H. Wir werden nun in 10 Sekunden starten. 8 5 Haben wir ne Taktik? Äh, ich kenn die Map noch nicht. Dem Idioten nach. Ich komm hier nicht weiter. Warum lauf ich jetzt vor? Da passt dem Idioten nach ja gar nicht mehr. Treffer! Nate. Wieder ein Treffer. Da sind noch welche, garantiert. Ich weiß. Aber zwei haben wir erwischt. Es sind nur noch zwei übrig vom Feinten Team. Ich geh ein Stück weit. Der nächste. Ich hab Feiter erledigt. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Und ich hab den letzten erledigt. Nice. Er hat mich getötetet. Hab ich grad vier Leute umgepustet? Ja, und er hat mich gefesselt. Scheiße, ich hab die alle erledigt. Jetzt sind es sechs, äh, fünf Gegner und wir sind drei. Oh man. Ja, also ich denk mal ein paar von euch werden schon das letzte Test gesehen haben von mir. Ich hab ja angekündigt, wir werden das vielleicht ein bisschen fortsetzen. Was wir jetzt ja tun. Offensichtlich. Offensichtlich. Ist auch, ehrlich gesagt, echt mein Spiel der Woche. Oder? Mal was komplett anderes. Oh, da kommen wir nochmal zu. Richtig. So. Ich würd sagen, selbe Position wie vorhin. Deckst du mir ein bisschen den Rücken mit? Bitte? Ja, ich geh an die andere Seite, da wo ich eben auch war. Gut. Ich werfne Nate. Okay, ist scheinbar okay noch. Der hat die Fahne, der hat die Fahne, der hat die Fahne. Hinter mal. Waren zwei. Scheiße. Hab Feiter erledigt. Kannst mich wiederholen? Das ist zu dir. Nice. Die Runden gehen jetzt echt schnell. Verdammt schnell. Hey, jetzt sind wir fünf und die nur drei. Ich bin so, aber seltsam. Irgendwie fehlt noch so ein bisschen das Objective-Orientierte. Ich kümmer mich da alle gar nicht drum. Ja, stimmt schon, aber was soll man machen? Wir können sich da nicht drum kümmern. Wir müssen töten oder aufnehmen. Richtig. Du tötest, ich nehm auf. Haben wir hätten gesehen. Ich konnte bei dem einen nicht mehr mehr zielen. Okay, ich... Was hältst du davon? Jeder geht... Du deckst da hinten. Ich deck... Ich deck nach hinten, du nach vorne. Ich decke da, wo ich immer decke. Ich deck nach hinten. Die kommen scheinbar immer von hinten. Okay. Okay, gegenüber war einer. Blend hinter uns. Ach, da kommt einer. Ich glaube, ich habe dir gerade den Arsch gerettet. Nein, ich mir selbst. Habt ihr den nächsten? Ja, ich habe mit drauf geschossen, nur. Ich muss mich bandagieren. Einer ist noch übrig. Und nachladen. Ich hole Stylist. Ich bin tot. Gut. Da ist noch einer. Da ist noch einer um die Ecke. Bleib in Deckung. Beobachten wir doch mal, wie Masterfreak. Gesehen? Scheiße. Ja, aber leider zu spät. Schade. An der Ecke konnte ich ihn nicht erwischen. Und dann ist er vorgelaufen. Ach. Da die allerdings so ewig lange brauchen, um Granaten zu werfen und sich davon zu erholen, weil das ist ja so anstrengend. Werf du mal so ein Ding. So ein Teil wiegt doch mindestens zwei Tonnen. Ja, das ist halt Amerika. Ich denke wieder nach hinten, du nach vorne? Ja. Klappt das scheinbar ganz gut. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Frohes neues Jahr. Äh, Moment, da war irgendwas falsch. Wieso? Feuerwehr gibt's doch. Feuerwerk. Aua. Verdammt. Arschloch. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Ja, der ist aber auf die andere Seite gegangen. Scheiße, ich sehe nichts. Ah. Warum werden Leichen geblendet? Frag mich nicht. Scheiße. Ja, ich weiß, ich weiß, ich bin schon tot, ich bin schon tot. Unser Teammate ist da, Stonekiller. Aha. Der an dir vorbeigelaufen ist. Da mir. Los, komm. Nein, 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 da ist er. Also manche Leute sind auch zu dumm zum Kacken. Hat der gerade auf die Leiche geschossen? Ja. Immerhin. Äh, die Leiche liegt auf mir. Super lecker. Mhm. Oh Mann. So, du liegst doch gern mit anderen Kerlen zusammen. Rrrr. Nee, lass das mal in der Aufnahme lassen. Dann glaubst du, ist das noch einer. Mir nicht, aber vielleicht dir. Hey, du bist heute gar kein Chinese. Aber du. Scheiße. Ich hinten, du vorne. Aua, verdammt. Das gibt's doch nicht. Da kommen übrigens zwei rein. Wo kommen die durch? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich glaub, die haben sich aufgeteilt. Scheiße. Ja, einer kommt jetzt vorne durch. Okay, das mit der Handkrieg, das mit der Nade stimmt. Das mit der Nade stimmt echt. Sag ich ja. Theoretisch hätte ich den... Ich werde securet. Lohnt sich nicht mehr. Wir haben nur noch einen. Stonekiller. Da in der Ecke, da in der Ecke, da in der... Nee, ich hör die Bänder. Links von dir. Obwohl, der hört so... Was? Was? Oh. Ich dachte schon... Das war jetzt erst auf ne Glanzleistung von ihm. Naja. Ja, durchdrücken. Links, rechts. Links, rechts. Ich werd schon irgendwas treffen. Links, rechts. Mich wundert's, dass er den erwischt hat. Mich auch irgendwie. Hey, wir haben noch zwei Gegner. Das wird doch aufgeteilt. Ja, stimmt. Jetzt haben wir 3-3. Ob wir wohl noch neue Waffen oder so kriegen später? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber ich hab das... Sollten wir vielleicht mal googeln. Nee. Überraschungseffekt. Ich werd's googeln. Sind schon da, sind schon da. Ja, sind sie. Was meinst du wohl? Kommt übrigens von der anderen Seite. Hat mich secured. Links oder rechts? Na rechts, wo sonst? Haben die sich grad... Die haben sich komplett gegenseitig ausgerottet. Was für ne Scheiße. Ich sitz da nur links oder rechts. Links oder rechts. Links oder rechts. Und die haben sich gegenseitig ausgeschaltet. Was? Oh Gott. Final Map. Äh, wow. Ich find das Hospital bislang trotzdem am coolsten. Oh, ich find das ja gar nicht schlecht. No, aber ist ein bisschen eintönig. Irgendwie. Da ist schon wieder einer. Ach nee. Hab ihn nicht. Hab einen. Ah. Ach man. Ich wollte noch erledigen. Also ich hab einen gekillt. Ich hab bislang aber auch erst drei gekillt. Ich bin schlecht, ist doch. Wir haben aber vier davon kommen aus der ersten Runde. Was soll's. Stand da nicht grad was von letzter Runde? Ich glaub's dir ja nicht. Ach, Alpha. Ach nee, wir sind Alpha. Nee, gar nicht wahr. Wir sind Bravo. Wir sind Bravo. Gott. 8 von 15. Ach, jetzt müssen wir angreifen. Rechtsrum, linksrum. Rechtsrum, oder? Rechtsrum. Ladies first. Grenade, move! Aua. Dich auch. Noch ne Granate. Ich werf ne Blend rein. Noch ne Granate. Ich wurde geblendet. Jetzt hast du mich geblendet. Das war nicht meine. Oh, dieses Piepen. Ich liebe es. Vor allem, wenn ich dann hier noch blockiert werde. Hast du ihn noch? Nein. Der ist ziemlich schnell durchgewasht. Wodurch? Nach rechts. Rechts in den Gang rein. Ich könnte noch ne Blend werfen. Aber ich weiß nicht, ob du das willst. Vorrücken langsam. Links von uns ist nämlich da ein Freund. Ich lade schnell nach. Aber was schießt du da? Ich schieße gar nicht. Das ist der andere. Das ist Verbündeter. Da kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch. Du nimmst die Shotgun? Ich bin tot. Offensichtlich. Aua. Scheiße. Voll, ist die schrottig. Äh, schrottig. Ja. Gut. Nächstes Rundchen. Ah, 15 Runden. Okay. Für die meisten von 15 gewinnt. Ernsthaft? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab dir mal wieder nichts zugehört. 15. Wortwörtlich. Achso. Ja, 8 Runden sind durch. 7 kommen noch. Heißt, ihr werdet auf jeden Fall immer... Das kann ja jeder Mensch, der ein bisschen addieren und subtrahieren kann, selbst ausrechnen. Ich wollt eigentlich nur sagen, ihr werdet davon auf jeden Fall immer ein bisschen längere Folgen sehen als gewohnt. Also keine 20 oder 10 Minuten Folgen, sondern ich denk mal so, halbe Stunde werden die wohl, oder? Ich hab da rechts, glaub ich, grad Bewegungen gesehen. Ich hab ja schon eine Nate. Unten. Komm von unten. Sehen. Nice. Boom. Komm noch einer. Hab ihn. Komm noch einer. Hab ihn. Sauber. Wir werden besser. Noch besser? Ja. Wir sind die Teambesten. Ja, wir sind die Serverbesten. Wir sind die Serverbesten. Wie lange spielen wir das jetzt? Ich hab gut 3 Stunden in dem Game. Du wirst nicht viel weniger haben. Aber ist echt mal cool. Ein bisschen Simulation mit ordentlich Geballer. Mag ich. Ladies first. Eins. Ich geh an derselbe Position wie gerade. Ich werf direkt ne Nate. Nein! Ah, geblendet. Das war ich nicht. Scheiße. Ja, das, ja. Von uns darf auch keiner gelobt werden, dann bauen wir... Nate, 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 Nate. Bei dir, bei dir, bei dir. Aber auf der anderen Seite. Er hat einen Teamkollegen gespeichert. Okay, da kommt jetzt einer hoch. Hinter uns! Ich hab mich doch nicht verhört. Scheiße. Hast du ihn? Nice. Kannst du mich wiederholen? Ich hab ihn. Ich wurde aber dann geschottet. Schande. Ich hatte nur noch 6%. Der hätte mich totspucken können. Will Hawkins. Ich hab nur gedacht, ist jetzt hinter uns einer, ist hinter uns keiner. Hab's gehört und ja. Super. Ja. Ist sein Teammate schon wieder... Ja, sein Teammate ist schon wieder tot. Unser Waven reißt das jetzt noch. Pass mal auf. Los, 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 los. Nice. Hat der gerade ein Hur gesagt? Ja. Glaube ich. Machen sie öfters mal. Hatte ich aber nicht. Ist immer so random. So, noch 5 Ründchen. Aktuell führen wir... Das war aber auch im Voice-Chat, du Dödel. Achso. Nein. Das sagt das Spiel auch öfters mal. Das ist das Spiel. Es war aber die Voice-Chat-Anzeige oben links drin. Voll. Ja, den hab ich ja der aktiviert. Ich hab den Voice-Chat noch aktiviert. Selbe Position wie vorhin? Absolut. Eigentlich müssten 2 links und 2 rechts verteidigen, dass die nicht von hinten kommen können. Darauf stehen die irgendwie, oder? Ich werf ne Nate runter. Wo bist du? Äh, Rauch. Da. Hinten. Hinten Rauch. In dem Gang. Ich weiß nicht, ob es eine verbindete war. Da links von dir. Ich bin hier vorne. Ja. Du siehst, worauf ich ziele. Da dieses gelbe Haus. Du bist am Arsch der Welt. Ich glaube, hier kommt einer. Ja. Das haben wir immer gesehen. Oh, oh. 3 gegen 2. Nicht gut. Wir können ja auch auf die Schnelle keinen wiederholen, ne? Nicht wirklich. Worauf schießt du? Hinter dir, hinter dir. Aber ein, der ist gerade getötet. Also irgendwo musst du mir auch Deckung geben. Ich muss mich auch mal verbinden. Ich kann nicht alle töten. Gott, die Runde war jetzt echt scheiße. Ich hätte in Deckung bleiben sollen. Ja. Sorry. Und mir Deckung geben. Ja, ich hab den hinter dir auch später erst gesehen. Nur da wurde so ruhig gedacht, okay, ähm, jetzt Leute wiederholen. Oder irgendwie ein bisschen ausrücken. Nein. Die kommen ja meistens von hinten. Das ist das Problem. Hast du schon mal die Ruhe vor dem Sturm gehört? Die können aber durch die Mitte und über links kommen. Und dann kommen sie einfach von hinten und überrennen uns. Ja. Nein. Doch, bleib in Deckung. Okay. Gut, links von uns ist ein paar Bündeter. Heißt, da sind wir relativ safe. Sagst du. Dass er halt stirbt. Ja, sag ich. Er hat die Flag. Links der Verbündete ist weg. Unten, 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 unten. Aua. Kommt hoch? Nein, noch nicht. Aber ich kann ihn auch nicht ewig sehen. Also, knall eine Granate rein oder sowas. Kommt jetzt hoch, glaube ich. Ich hab ne Nate gehört. Weg hinter dir. Ich weiß, aber da unten ist ein Verbi... äh, Gegner. Ich weiß, aber der kommt schon nicht. Nicht so schnell. Dein Wort ist glattes Gehörgang. Von hinten kommt irgendwas. Deck du hinten nicht vorne. Das war unser. Hast du ne Frack geworfen? Ja. Oh Gott. Hm. Na, immerhin. Oh, das ging wohl. Oh, halbwegs. Du hast dein Platz als zweitbester verloren. Noch. Pass mal auf. Ne? Vielleicht sollte ich mal ein paar andere Waffen zwischendurch zeigen. Ihr werdet die anderen Waffen nur in anderen Runden sehen. Ja. Jetzt auf die Distanzen finde ich die M4A1 ziemlich gut. Die spiele ich bislang hauptsächlich. Ich bin so weit vorne, dass die Schrotflinte eigentlich gar nicht mehr schlecht ist. Aber ist das eigentlich gar nicht mehr in Spielbasis. Wer mich kennt, der weiß, dass ich lieber hinten liege und snipe. Okay, von der linken Seite kommen, Leute. Aua. Bei uns auch. Wir kamen gerade ne Blend. Die kommen gleich. Alles okay? Siehst du was? Unten. Ich hör hinter uns was. Ich bin wohl verhört. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, 78, 78, fesselt mich gerade an der Treppe, wo wir hochgekommen sind. Ja, irgendwo muss der herkommen. Ist tot, ist tot, ist tot, ist tot. Hat er sich gefesselt? Ja. Da ist er. Konnte ich leider nichts gegen machen. Ich auch nicht, dann wäre ich tot gewesen. Da, da. Gewonnen. Gut, ich würde sagen, dass knapp... Ich habe doppelt so viele Punkte wie der Feindlige Erste. Knapp doppelt so viel. Victory! Gut, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns auch an dieser Stelle. Und hören uns, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Was hast du für Achievements? Äh, Army Strong. Army Strong und Unstoppable. Ach Gott, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Handy. Owen? Vi supuesto. καmpfer?